Hallo zusammen, willkommen zurück auf Rock of Ages, zusammen mit dem Dram Let's Play. Hallo! Und nicht vergessen, falls es euch gefällt, vergesst nicht zu bewerten. Viel Spaß! Okay, geht's schon los? Ja, ja, ja. Komm rein. Was ist das denn für ein komischer Ball? Bin ich schon drin? Wo bist du denn? Bin ich schon drin? Nee, bin grad mit mir alleine. Sehr gut. Was ist das denn für eine Map? Hast du eine Idee, was ich benutzen kann? Blasmaschine? Ja, die ist gut, aber... Aber nicht toll? Manchmal schon. Wenn die Überraschung kommt, dann ja. Ja, stimmt. Das hatten wir letztes Mal auch. Die Überraschung ist drin. Warte. Die geballte Ladung Überraschung. Oh Mann, jetzt hab ich fast kein Geld mehr. Kühe waren nicht so gut. Und dann geht los. Was war scheiße? Ich kann nicht mehr reden, ich muss fahren. Ich mein Kühe. Kühe und so ein Scheiß. Achso. Die sind ja nur beim Gegner gut, ne? Beim Bot, meinst du? Ja, genau. Ja, das kommt drauf an, wenn du da von der Windmaschine gerade weggedrückt wirst und dann da noch so ein Elefant rumlungert, dann doch. Dann ja. Warte mal. Dann ja. Oh, oh. Oh Mann. Geil. Ich brauch gar nichts hinbauen. Der Stein alleine reicht. Was ist das denn für eine Wolke? Oh, okay. Gar nichts. Oh, ich hab da einen Unterteil überfahren. Du bist ja viel weiter als ich, oder? Das ist doch Quatsch. Ich sehe gar nicht, wo ich bin. Doch, du bist... Oh, ne Windmaschine. Ach Mann. Du fährst ja einfach immer durch jemandem Maschine. Weißt du, wie teuer die war? Ja. Oh, er hat ein paar Türme gebaut, das ist gerade. Oh, wie viel hast du denn da hingebaut? Bäm. Hier ist ja alles voll. Ja, von deinen Türmen ist ja alles voll. Jetzt, jetzt, geht ab. Ja, du bist eher da. Ach, nee. Boah. Macht Springen eigentlich Sinn? Da hatte ich letztens die Diskussion mit mir selber. Schon. So voll dumm. Der kennt's nicht. Und? Wenn man mit sich selber diskutiert, kennt man ja, ne? Ja. Wer hat schon gemacht? Nee. Ich hab einen Ball. Tschüss. Was, jetzt schon? Ja, klar. Also, schnell fahren kann ich. Nein. Doch. Warte, ich komm zu dir und baller dich ab. Letztes Mal hast du ja auch nur mit Glück gewonnen. Was war letztes Mal nochmal? Oh, da hast du gewonnen. Ich glaub, da hab ich die Wand getroffen und die ging einfach nicht kaputt. Alter. Ach ja, genau. Mit einem Fitzeläden. Ja, genau. Das war krass. Obwohl gut, war eins von drei Spielen. Davon ab. Wer das nicht gesehen hat, guck mal die Videobeschreibung. Genau wie eine Runde, die wir bei Manuel noch aufgenommen haben. Da weiß ich allerdings noch nicht, wie gut ich da war. Da hast du wahrscheinlich gewonnen. Wahrscheinlich schon. Oh, was hast du denn da hingebaut? Nein. Doch. Oh Gott. Alter. Das war knapp. Und du bist schon da. Bam. Ach nee. Voll gut. Was bist du denn so schnell? Das ist eine gute Frage. Wo bist du denn? Hier bist du. Bam. Nein. Komm. Und. Ja. Schneller. Was bist du denn so lahm? Ich hatte mir gemerkt, was du... Ich hätte mir merken sollen, was du hingebaut hast. Kaiser. Aber hab ich nicht. Nur so halb. Was hab ich denn? Was? Sind wir wieder an meiner Mod-Vorstellung oder was? Ja. Heute zeig ich euch die Mod Rock of Ages. In der kann man, äh... Steine spielen. Äh. Ab geht's. Boah, übrigens Mod-Vorstellung finde ich immer super kacke, weißt du? Wenn du so hast, so... Äh, wie ging das nochmal? Weißt du, wenn die selber noch... Das ist doch ein Schnitt, du Faggot! So. Häng ich mir da immer. Ja, genau. Warum muss ich mir das angucken? Jetzt... Komm, ich baller dich an, Alter. Boah, ich fahr voll hin. Oh. Alter. Alter. Jetzt. Oh, nein. Nein. Oh, aber da muss ich bremsen. Feuerball! Wie der da einfach durchgeht. Nein. Oh, du bist unten. Ja, du bist im Dreck. Ich hab ne Chance. Du hast keine Chance. Warum Feuerball? So ein Feuerball, Junge. Einfach so. Macht eigentlich echt keinen Sinn. Oh, aber du hattest halt das Geld, ne? Ja. Oh, mein Gott. Hat die überhaupt einer meiner Türme getroffen? Ne, ne? Ah, welche Türme? Die so stehen. Nein! Warum hast du schon wieder mehr weg als ich? Ne, andersrum. Ist das so? Guck mal, guck mal unsere Tore an. Ja. Ist doch okay. Wow. Alter. Was, du bist... Oh Gott, wo bist du denn schon? An deinem Tor, aber... Ne, ich bin näher, ich bin näher. Ne, willst du nicht? Aber ich glaub, ich mach's mehr nicht kaputt. Warum nicht? Ja! Jedes Mal. Jedes Mal. Jedes gewonnen. Aber warum denn nicht? Weil du zu langsam war es ja! Ach, ey. Ficker. Okay. Machen wir noch ne Runde. Können wir noch mal neu aufnehmen? Ja, können wir noch mal... Nein, Quatsch. Dann weiß ich auch nicht. Da wird richtig abgeblasen. Warte mal. Okay. So, aber was ist mit den Gelddingern? Habe ich immer noch nicht verstanden. Die machen wohl nur Geld kurz. Ist doch richtig. Gute Idee. Ja, aber was... Wie lange denn genau? Ich hätte gerne ne genaue Info. Ja, kann uns das mal einer schreiben? Wir wissen's nicht. Oh, tschüss. Es bleibt auch... Ne, also es bleibt schon echt verhältnismäßig lang. War's der Weg? Ja. Boah, ich kenn den Weg hier noch gar nicht. Boah, ich hab mir ja gerade gesehen. Nicht der Weg. Wieso denn der Weg? Du baust immer am Ende, merke ich gerade, glaube ich, ne? Ich baue gerade gar nichts. Jetzt fang mir... Weißt du... Warum wade ich denn schon wieder? Oh nein! Deswegen hast du mich gerade auch... ...so überrumpelt. Ich kann schon lange losfahren, aber mach's nicht. Da war der Baum. Der Baum ist voll hart. Ich dachte, den Baum krieg ich kaputt. Du hast mein Geld den kaputt gemacht? Ne. Das ist bestimmt schon kaputt. Oh! Oh, oh! Ey, oh! Commentary ist der Hammer hier im Spiel. Was genau kann man dann, ähm, bei dem Mod machen? Äh... 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 Boah, so ne Scheiße! Da kannst du echt so ne Scheiße machen. Ach, ey. Ich glaube, ich mach ne Mod-Vorstellung bald. Oh! Und keiner versteht, was ich... ...was ich da vorhab. Wäre mal schon gut. So ne richtige Scheiß-Mod vorstellen. Ja. Soll ich oben oder oben? Dann kann man irgendeine Taste drücken, äh... Und die Macht, warte mal... Wie war das denn nochmal? Äh... Ja. Jetzt, jetzt, hui! Ja, ja! Oh Gott, oh Gott, ey, du bist schon da? Der ist nicht gesprungen! Zack! Deine auch nicht, okay. Doch, doch, doch. Nein, nein, ist nicht. Nee, nee, gar nicht. Warte mal, was fand ich grad so geil bei dir? Vielleicht komm ich da rein, ist echt eins, eins das Gleiche. Und ich kann... Oh, schnell. Los! Blasmachine. So, weißt du aber synchron? Ja, ich bin gespannt. Was hast du denn nachgeäfft? Hä? Eigentlich, wo ich dran vorbeisprich... Uh, aber irgendwo hast du ne Bombe, Alter? Äh, 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 ist... Ja, geh doch dagegen! Ach, Mann. War aber trotzdem scheiße. Kann ich dir irgendwie wegmachen, die Bombe? Alles übersprungen? Ja, gegenfahren und dann explodieren lassen. Oh, cool. Wenn du Spaß daran hast. Kann ich rückwärts dagegen fahren, hat der mich nach vorne katapultiert? Ja, das geht. Alter, deine Scheißdürme dann, ne? Wow, dein Teil hat mich geboostet. Ja, ich seh das schon. Wie er da einfach durchspiegt. Okay. Ah, das war überhaupt nicht beabsichtigt von dir. Geil, Digga! Boah, Alter, war das ein... War das ein Boost? Du bist jetzt erst bei dem Vieh? Ja! Ich bin bei dem Tor. Echt? Ja. Egal, ich hab noch ne Chance, pass auf. Was, er... Oh. Egal. Noch einmal. Wie weit musst du hier noch fahren? Du bist futsch. Ach, da hinten. Ne Stunde. Ja, ich fahr wieder dagegen und mach keinen Schaden, pass auf. Aua. Hab dich nochmal ein bisschen aufgehalten. Pass auf, da oben. Ja! Nein, jetzt geht's! Alter, wie... Nein, shit! Wie genau das noch war? Und er bremst sogar noch. Shit. Wow! Aber... Das, du hast verloren. Aber... Verstehe ich nicht. Aber, aber... Aber, aber... Ach, Mann. So, jetzt wird hier richtig... Hattest du irgendwie einen anderen Ball? Ja, einmal... Nee, nee, nee. Immer denselben? Immer denselben, Junge. Okay. Warte mal, wo bist du? Da bist du. Was machst du denn? Wird hier richtig hart was gesetzt. Boah, was ist dein? Erstmal gewartet, ja. Es war... Hat Geld gekostet, oder? Ja. Aber... Das lohnt sich. Oh, lol, siehst du? Wie dumm! Die haben kürzlich nicht gerade auch schon mal gegangen. Aber fallen. Jetzt hab ich's verkackt. Ja. Ah, ja. Hier geht auf jeden Fall eine Abkürzung. Sag mal, gehen wir hier noch rüber? Da ist, da ist viel. Boah, dieses scheiß Dynamit, ne? Nice, dein Tier hat mich wieder angestupst. Genau an derselben Stelle. Warum machen die das denn immer? Keine Ahnung. Da muss ich mir mal genau angucken. Wow! Toll ist er. Komm, der war gut, oder? Ich weiß gar nicht, was er war. Das war dein... War das eine Windmaschine von dir? Ich weiß nicht mehr, was das war. Ja, eine Windmaschine hatte ich ja aufgestellt. Oh, Elefant kommt. Warte. Jetzt kommt's. Jetzt geht's los. Ja, aber du musst noch... Oder? Kann man das einmal schaffen? Nee. Nee, ich glaube, ich muss zweimal treffen. Ich muss immer einmal mehr treffen. Das ist das Problem, wenn man das Spiel noch nicht durchgespielt hat. Ja! Nein! Ja, ich warte jetzt mal. Lass mich gucken, wie viel ich wegmache. Ja. Guck, ich rase auch durch. Und hüpf. Oh, zack! Das ist immer so ein Millimeter. Aber gut, ich bin gerade auch nicht gegen gesprungen. Okay, Best von drei. Letztes Spiel. Dann hä? Das hatten wir letztes Mal auch die Diskussion. Warte, wer das letzte Spiel gewinnt, gewinnt. Ach so, oh ja. Das ist gut. Das finde ich gut. Thermopühlen. Was? Ja, so heißt der Level. Was ist man hier so? So. Das wird gut. Wie bei Geldmaschinen hingesetzt. Das war dumm. Geldmaschinen! Ja. Da eine hin, sag. Ach, die gibt's ja auch noch. Stimmt. Ich schieße schon auf deinen Stein. Oh, lol. War doch gar nicht. Was? Es landet da, aber passiert nix. Hä? Was meinst du denn, wenn du alles zubaust? Wie gut bist du dann? Was, wenn ich alles zubaue? Nein, ich wollte dich nur einfach nur ablenken. Das war deine Ablenkung. Als ob ich deswegen dann irgendwie langsamer wäre. Ja, aber du hast doch kurz überlegt. Hä? Wenn du alles zubaust? Ja, aber dann war ich weitergespielt. Nein, hast du nicht. Meinst du nur. Oh, nice. Du gehst oben lang. Ich kann da bis zu deinem Tor springen. Da habe ich einmal geschafft. Hast du den Part gesehen, der letzte? Dann bin ich bis zu deinem Tor gesprungen. Ja, das ist ja un... Alter. Als ob! Das war eine Ablenkung. Was? Was war das denn für ein Rumgebagge? Richtig gut. Als ob! Oh nein, und vor allem, das war gerade nur nach einer Verarsche. Ich habe mich geärgert, dass du oben lang bist. Alter, oben ist ja richtig unfair. Warum ist oben unfair? Warum ist oben unfair? Das ist gut. Warum habe ich denn kein Geld? Ich habe so verloren. Ich habe komplett verloren. Ach, weil ich direkt gestorben bin und man bekommt wohl extra Geld, wenn man es schafft. Ja gut, okay. Okay. Ich habe das gewonnen. Man bekommt extra Geld, wenn man es schafft. Ja, nee. Ich muss das Tor ja immer einmal mehr treffen als du. Nee. Ich habe es ja gar nicht hingeschafft. Ach so. Du bist noch voll. Warte. Wo bist du? Da ist er. Pass auf, jetzt. Bam. Wow, das war krass. Der war heftig, oder? Warte, ich war runter. Ja, war richtig krass. Ja. Ah, du fährst auch oben her. Nee, geh oben lang. Nein. Oben ist gut, oder? Oh, der war perfekt. Nein, da ist aber trotzdem alles im Weg. Ja, geil. Da kommt wieder der Stier. Komm, baller mich wieder weg, ey. Das war so unfair gerade, wie der alles verstört hat. Wie ich nur auf den Stier gucke gerade. Ich muss aber immer einmal mehr dagegen fahren. Ey, das ist so deine Map. Das ist so deine Map. Hä, warum kannst du denn da oben was platzieren? Ich dachte, das geht gar nicht. Nee, an vier Positionen kannst du das machen. Okay. Hä? Boah. Boah, Alter. Nee, kommt einfach sogar noch früher an, ey. Ja, geil. Da ging jetzt echt viel weg. Also ich möchte ganz gerne mal wissen, wie das zusammengesetzt ist, der Schaden, der da entsteht. Ja, Geschwindigkeit. Mal Pi. Ach, das sind Stellen, wo man was hinbauen kann. Oder war es? Was denkst du denn? Meinst du, das sind einfach noch Hände? Nein, kann man nicht. Bin ich nicht dull? Ja, klar. Ich habe da oben keine Stellen mehr. Ja, dann hast du bestimmt deine Bank da hingesetzt. Ja. Ja, habe ich halt echt. Und dann war vorbei. Ach, nee. Jetzt bin ich sehr gespannt, was er da oben macht. Ja, scheiße. Ich habe verloren. Ich kann das nicht wieder gut machen. Komm her. Ich schieße schon mal hier. So, ein Engelball kann fliegen, sagst du, für 900? Ja, fuck. Ach, nee. Ja, das ist eindeutig. Okay, der war dumm. Ah, stimmt. Das Schiff habe ich gar nicht positioniert, sowas. Als ob diese... Nein! Diese ganz kleinen Fiecher haben mich runtergeschubst. Echt? Ja. Oh, das Gute kam noch einmal an. Oh, Mist. Oh, du bist unten. Bei meinem Freund. Oh nein, wenn du mich jetzt plattmachst, wären wir gleich. Nee, sind wir nicht. Nein, 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 nein. Ich muss mir auch mal angucken, was er mit dir gemacht hat. Hat er dich irgendwie zermatscht? Der hat mich komplett zermatscht. Ach so. Innerhalb eines Rucks. Cool. Oh. Oh. Das ist mal viel Schaden. Ja, scheiße. Verdammt. Ich habe das Tor geöffnet. Warte mal, kann ich da reinballern? Nee, kann ich nicht. Geh mal kurz raus. Lass mal gucken, wie viel Schaden das macht. Warte mal, warte mal. Geh mal ganz kurz nochmal raus. Ich will nur mal kurz wissen, wie viel Schaden das macht. Ja, genau. Keine Ahnung. Du hast eh gewonnen. Du hast eh gewonnen. Stirb. Nein, ich wollte es doch sehen. Ja. Wie ich voll die Errungenschaften bekommen habe in der Folge jetzt. Weil er einmal gewonnen hat. Genau. Ich habe gewonnen. So, aber ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Guckt in den Videobeschreibungen, dass wir haben Let's Play drin. Und da haben wir auch eine Runde aufgenommen. Die sollte auch irgendwo verlinkt sein. Vielleicht. Später vielleicht. Hier vielleicht im Video. Ansonsten laut rein. Tschüss. Tschüss.